Ich bin übrigens, glaube ich, letzter jetzt von... Weiß ich nicht. Ne, doch, oder? Ja, bist du. Ja, wo krieg ich die Punkte immer her? Du hast Killpunkte ordentlich gemacht. Ja, und das war's. Und ein Lebensretterpunkt. Der hat dich rausgerissen. Aber richtig. Keine Ahnung. Neuer Auftrag erledigt. Gold 200... Was gibt der Drache? Was gibt der Drache? Angriffe besteht eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Held für 5 Sekunden ein Kraftschild bekommt. Der Schaden von bis zu 10% der maximalen Gesundheit ist selten absorbiert. Bei Angriffen, die ein Schild erzeugen, verlierst du Energie. Ach, es gibt ja noch was Positives und was Negatives. Das ist immer so. Was hat der Kampfmagier für einen Negativpunkt? Ich nehme den Drachen jetzt. Ich habe Bock auf den. Außerdem will ich die Sprüche von dem hören. Der hat bestimmt richtig bescheuerte Kacke drauf. Wie einfach der Drache vor der Drujade eigentlich ist, ne? Was bildet der Drache genau? Moment. Das ist schade. Nimm mich trotzdem mal mit. Ich nehme Donnerfalle mal mit. Mal was anderes ausprobieren. Bei Angriffen, die ein Schild erzeugen, verlierst du Energie? Hä? I don't believe this shit. Naja. Den nehme ich auch einfach mal. Ist mir egal. Ich habe jetzt, ähm, ja, nein, wenn der Schild an ist und du dann getroffen wirst, dann geht deine Energie runter. Aha. Was ist das hier? Kann ich nicht kaufen. Das ist ein Bereich, um den Nutzer entstehen, der mehrere Male pulsiert. Jeder Pulschschlag führt getroffenen Feinden einen Schaden zu. Okay. Übrigens, mit dem Level Up hat sich das Aussehen der Rüstung verändert. Okay. Wenn es euch aufgefallen ist. Ja, stimmt. Tatsächlich. Aber achtet da nicht drauf. Ja. Hm, wo soll ich eigentlich mit dem ganzen Gold hin? Wie lange spielen wir jetzt schon? Äh, ein Dreiviertelstunden. Ein Dreiviertel, okay. Lass mal so noch eine Mission und dann reicht das. Ja, Pascals Charakter ist nicht mehr so nackt. Mehr ganz so nackt. Also immer noch tierisch nackt im Vergleich zu meinem, aber im Vergleich zu Mircos Charakter sind wir alle tierisch nackt. Ja. Oh, man sieht beim Mircos Charakter das Brust-Toupee. Ja, Mann. Wie Gänse. Alleine das Brust-Toupee. Er hat auch Armhaare. Armhaare. Ekelhaft wäre, dass er immer bei Pascals Charakter das Brust-Toupee sehen kann. Ja, das wäre... Ja, du solltest dich wirklich eindeutig rasieren. So, wir können noch einmal einen Shifa-Cast machen. Ja, was Kleines. Zum Abschluss. Ja. Ich höre, der will Vierer. Ja. Das ist voll lächerlich, weil wir schon in Stufe... Äh... Sechs sind, genau. Sieben. Oder was auch immer. Ich bin sechs. Ja, dann bin ich auch sechs. Ja, sind alle sechs. Steht da. Jeder von uns ist sechs. Steht da auch. Ja, jetzt steht es da. Das stand da eben nicht. Okay. Wir müssen alle ganz schön fett sein, ne? Immer wenn wir... Da gibt es immer gleich eine riesen Druckwelle. Ja. Und wir stürzen einfach von drei Millionen... Oh, ist die geil! What the fucking hell! Das ist ne Fähigkeit von mir. Alle, die in der Bühne sind, kriegen Blitzschaden. Exekutieren. Exekutieren scheiße, hab ich gekillt. Dann hab ich nicht mitgekillt. Ich hab den Gladiator erweckt. Oh. Glückwunsch. Ja, die kriegt man durch Exekution. Eigentlich müsste ich den aber, glaub ich, auch frei haben. Weiß nicht. Du hast ein Schild. Oh, die... Habt gerade. Du hast gerade ein Trick gehabt. Ey, von mir war die Barriere noch da. Ja, kann sein. Die Aura kann ich nur zweimal hintereinander direkt casten. Alter, Kollege. Das ist einfach mal geil, wie viel Schade das Ding war. Power move, power move, power move. Du sagst... Oh, brauche, brauche. So. Der ist tot. Eine Riesenkiste. Das war's. Das war wirklich keine Challenge. Aber Gold. Es regnet Gold. Und das ist doch, worauf es ankommt. So, und wo ist dahin ist das Ende. Ja. Wow, da haben wir was rausgeportet. Geil, Schifa-Karst. Auftrag ab. Champion. Ja, das ist noch einfacher. Nee, das ist alles. Champion ist immer einfach. Ausnahmsweise bin ich mein Erster. Tja. Neuer Auftrag erledigt. Gold 555. Gladiator. Okay, ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen, wenn wir noch einen kleinen haben. Ja, wir haben noch zwei kleine. Sonst, lass mal die nächsten zwei kleinen machen. Ich will kurz mal gucken, was mein neuer Waffengeist kann. Wirklicher Schaden wird um 100% erhöht, solange die Gesundheit des Heldens Minimalwerte hat. Die niedrige Gesundheitsschwelle des Helden liegt bei 30%. Boah, nehm ich immer mal mit. Zack. Die hier. Pascal. Die, wo ich bin. Siegt die Grimox in den Überresten diese alten festzumachen. Wir machen dann noch... Wir machen dann noch die beiden, also den und den nächsten und dann machen wir Ausfall. Ich komm grad nicht ins... Hä? Ich kann nicht auswählen. Oh, wir müssen warten. Hatten nix auswählen. Ne, ich kann grad nix machen. Ah, jetzt geht's. Schön. Schön sowas. Aber das Schwert ist, finde ich, saugeil, weil ich einfach mal tierische Reichweite, dadurch hab man breit schlage. Außerdem hat meine Fähigkeit, ist die Fähigkeit, die ich benutze, einfach durch das Schwert auch größer. Wellen, Wellen, Wellen. Das war jetzt einfach wahr. Cooler Schnack. Exekutieren. Ja, kann ich noch nicht. Ja. Einfach dieses Energiefeld, das ist so geil. Ich hab keine Fähigkeit mehr, um an Gegner schnell ranzukommen, aber es ist so geil einfach. So macht man das, aber ihr müsst es noch mal machen. Ja, der ist irgendwie auch ein bisschen bescheuert. Hey, wo bleibt die nächste Welle? Hast du sie gehört? Da hat die Leute gefurzt. Da kommen welche. Exekutieren. Exekutieren. Ja, bei euch immer mehr, ne, Gegner. Das geht. Ich such sie mir ja auch. Ich such ja, wo viele Gegner sind. Der Schild ist aber cool. Und die Energie, die ich verliere, ist die für die Gruppenfähigkeit. Und die Gruppenfähigkeit, die ich kann, hab ich noch nicht begriffen. Da fliegt irgendwas auf einen von euch drauf und markiert ihn. Und was das dann bringt, kann ich nicht wirklich sagen. Das weiß keiner. Exekutieren. 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 Scheiße, hat einer von euch hier geklaut. Ne, Pascal. Das warst du, Pascal. Ups. Aha, schieb's auf Mirko. Ah, so läuft das hier. Schuld zu weisen auf andere Leute. Aha. Natürlich. Immer doch. Verlogenes Schwein. Bin echt erstaunt dafür, dass das Spiel im Internet so, naja, von Sacred-Fans beschimpft wurde. Macht es schon fun. Ja. Aber letztendlich auch einfach nur, weil es richtig trashy ist. Genau deswegen. Exekutieren. 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 Einfach, ich bin mitten in einem Kampf und sehe dann ein Liegen. Oh, exekutieren. Und Level Up. GZ. Warum Level Stark? Ja, ich kann man auch nicht mehr aufhalten. Ah doch, geht ganz easy. Wenn gleich der Boss kommt. Keine Ahnung, wieso ich jetzt schneller Level, als hier ist ein Boss, ja. Nee, noch nicht. Das ist... Nein, das ist kein Boss. Ach, sind es... Guck ich dir, exekutieren. Exekutieren. Nein, exekutieren. Guck dir den Riesen an, wenn das kein Boss ist, bin ich eine türkische Pizza. Okay, du bist eine türkische Pizza. Oh, okay. Mein Schutzschild ist cool. Der ja, mein Schei. Der teilt auch gut aus, und der gestern. Ja. Oh. Der macht... Man jumpt auf, und der hat ja, während wir da rumliegen. Ey, das ist der erste Boss, den wir bisher platt gemacht haben. Stimmt. Ich fände mir auch gerade auf. Scheiße, er hat mich schon wieder erwischt. Power, power, power. Ach, ich verstehe jetzt, was dieser Power-Modus, Power-Move bringt. Button smashen, button smashen, button smashen. Bist du da im Power-Modus, oder was? Ja. War ich. War. Auf jeden Fall. Au. Hochgelevelt. 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 Nein. Ich habe ja schon Level. Das wäre einfach asig. Ach so, das war ja schon die letzte. Ich dachte, hä? Ich dachte, da stand nämlich Welle 4 von 4 die ganze Zeit bei mir. Nein. Also die Aura, die ich jetzt kann, ist mega, weil ich einfach alles um mich herum damit damagee. Auftrag abgeschlossen. Hab ich überhaupt. Ohne Karte kommen. Ich habe mehr Kills gemacht als ihr. Eine Menge mehr. Mehr Schaden und Merk hat eindeutig die Technikpunkte. Jeder hat was anderes. Ja, das ist halt, du bekommst die Technikpunkte, wenn du verschiedene Angriffe kombinierst. Also wenn ich jetzt meine rechte, äh, den Blocker immer reinhau und dann die geschwächten Gegner angreif. So, noch den Fernhain starten und dann. So. Ja, ja, ich muss das mal bestätigen. Ganz entspannt. Da ist es. Merkund. Fernhain. So weit. Wir machen noch den Fernhain und dann. Fernhain. Den Hain. Was? Da steht das ganz cool in Schlimm. Fendrellhain. Fender. Frelva. Was ist das eigentlich, ein Wellmodus oder? Ne, das ist ein Einbossmodus, glaube ich. Besiegt alle Feinde. Ja. Wie wir auch alle drei gerade versucht haben, nach uns zu gehen. Schön doof. Yay, immer drauf da. Exekutieren. 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 Nein, das war, Mann. Einer war, das war dein. Haben wir gerade, haben, hast du die beide runtergehauen und Pascal und ich haben sie beide geklaut, glaube ich. Ja. Richtig, richtig so. Exekutieren. 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 Scheiße. Das bist. Da hat mich einer gerade gehittet, als ich ihn exekutieren wollte. Ja, natürlich, so muss das sein. Exekutieren. Das war's. Lächerlich. Äh, kann gut sein. Wow, das war ja mal wieder unfassbar episch. Zumindest kann man sagen, dass man nicht an Goldmangel stirbt in diesem Level. Du wartest nur darauf, dass du endlich auflevelst, damit du deine anderen Sachen leveln kannst. Ja. Bin gespannt, ab wann wir jetzt eine andere Rüstung bekommen, weil ich mir vorstellen kann, dass das Spiel dir einfach mal die Rüstung später gibt, wenn deine Originalrüstung einfach so mega krass geil ist. Okay, Technikpunkte scheinen am meisten wert zu sein. Ja. Dass das Spiel dir einfach die zweite Rüstung gibt, wenn die erste schon richtig mega geil ist und die zweite einfach richtig scheiße dadurch ist. Ich gucke, was ich noch so an Sachen machen kann. Gar nichts. Das war doch jetzt ein erfolgreicher, äh... Also richtig erfolgreich. Ja. Also eine erfolgreiche Aufnahmesession. Ich fail zwischendurch, weil mein PC abgespackt ist. Dafür können wir ja nichts. Äh, da kann ich eigentlich auch nichts für. In diesem schönen, in der schönen Lobby sagen wir dann mal, äh, tschau und was auch immer. Bis zum nächsten Fail und ja, das Game macht fun. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschö.